Von der Freude und Spannung schauen wir auf das kommende Jahr 2019. Wir sind wirklich gespannt, was Gott tut. Und wir freuen uns, dass wir mit euch gemeinsam wieder Reich Gottes bauen dürfen. Ein ganzes Jahr liegt vor uns mit vielen neuen Möglichkeiten. Gott wird so viel schenken. Glaub es, empfang es und erlebe es mit uns. Bete für uns, wir beten für dich. Wir wünschen dir ein richtig reich gesegnetes Jahr 2019. Gesegnetes neues Jahr.